ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge tibetv wir machen mal heute wieder ein bisschen geländebau ein bisschen tutorial ein bisschen zeigen und ja es geht um the walking dead und die rpc ja wie der eine oder andere schon gesehen hat beim kleinen krieger auch die verfolgen gerade den weg road to rpc und zwar ist dort der christian der malt gerade fleißig die survivor für the walking dead an und zwar kurze erklärung wir werden dieses jahr auf der rpc sein zusammen mit dem tabletop club erfurt wir haben eine ganze menge vor was alles wird noch nicht verraten auf jeden fall wird dort eine präsentation von the walking dead dort sein und zwar ist das so eine kooperationsgeschichte mit dem kleinen krieger beziehungsweise dem tabletop club erfurt und zwar bauen wir die platte und erfurt steuert die miniatur bei ja wir haben lange überlegt was für ein szenario könnte man auf der rpc anbieten natürlich könnte man die starter box super verwenden um halt die erste staffel darzustellen wobei wir überlegt haben mensch es gibt eigentlich noch viel viel schönere szenen die man so darstellen könnte und dann haben wir überlegt eine autobahn vielleicht mit ganz vielen autos nur da hat es dann an den autos gemangelt oder die farm und wir haben uns im endeffekt jetzt für terminus entschieden und wir werden heute mal ja ein weiteres gebäude für terminus bauen beziehungsweise ein sehr prägnantes gebäude für terminus was natürlich jeder aus der serie kennt und zwar dieses große backsteingebäude wo halt auch terminus in großen lettern dran steht und das werden wir heute mal zusammen mit euch bauen und wir werden euch so ja die platte im allgemeinen mal ein bisschen zeigen was wir uns gedacht haben und ja welches szenario wir darauf spielen möchten ja für den bau von terminus habe ich hier jede menge tolle satelliten fotos bekommen und zwar werden wir nur einen kleinen ausschnitt von terminus bauen ich werde euch das gleich mal in der nahaufnahme zeigen aber ich zeige euch mal schon mal hier das kann man vielleicht schon sehen das ist quasi den ausschnitt den wir nachbauen wollen wir haben auch nur 90 x 90 cm platz das ist schon fast zu viel für the walking dead aber wir müssen das dann in einem test szenario einfach noch mal testen ob das funktioniert und ja wir haben uns ein besonderes szenario ausgedacht und ja dazu kommen wir jetzt gleich und zwar geht es um die szene wer die serie kennt rick hängt mit drei leuten drei weiteren überlebenden über dieser rinne über dieser stahlrinne wo nacheinander den leuten der kopf eingeschlagen wird und dann die halsschlagader aufgeschnitten wird und wir orientieren uns an dieser szene dort sind vier charaktere die diesen raum verlassen müssen und ja es gibt dann einen weg oder es gibt zwei verschiedene routen auf dieser karte den sie wählen können natürlich sind im innenhof schon die zombies drin weil natürlich es gab eine explosion und dadurch sind die zombies mit in terminus reingeraten das heißt wir haben in diesem innenhof schon jede menge zombies stehen und wir haben in den üblichen übrigen räumlichkeiten haben wir noch weitere überlebenden aus terminus die natürlich den abzug verhindern wollen und wir haben im innenhof das müssen wir jetzt ein bisschen spielerisch ein bisschen ja müssen wir ein bisschen ummodeln wir haben einen container wo natürlich die anderen überlebenden von rick drin sind der steht aber normalerweise nicht im innenhof sondern ja weiter weg aber wir müssen es spielerisch einfach so machen dass dieser container im innenhof steht das heißt das szenario ist rick und seine drei kompagnon müssen aus diesem raum aus dieser regenrinne entkommen und müssen die überlebenden befreien und aus terminus entkommen kommen wir nun zum bau der platte ich habe hier schon mal angefangen und zwar haben wir ein paket aus nottingham bekommen und zwar von mantic games persönlich die haben uns schon mal bauteile zur verfügung gestellt und zwar geht es dort um ja die gebäudeteile von mars attacks und auch von deadzone oder von warpath also von diesem system dort hat man uns jede menge bauteile geschickt und der mensch versucht mal da was draus zu bauen das hilft natürlich super weil nämlich die optik dieses rote backsteingebäude das passt sehr sehr gut und das zeige ich euch gleich mal noch in der nahaufnahme da konnten wir jetzt schon einiges draus basteln es gab auch schon ein bisschen inneneinrichtungen mit dazu und förderband generatoren das ist das was auf jeden fall mit verbaut wird dieses große prägnante gebäude dieses hier das werden wir jetzt gleich bauen da müssen wir mal gucken wie wir es bauen natürlich aus styrodur vielleicht nehmen wir vorgefertigte geprägte platten von gerard vielleicht ritzen wir selber das müssen wir uns gleich mal in ruhe angucken und ansonsten wird diese platte natürlich dann von ganz vielen kleinen details leben jetzt sieht es noch sehr unspektakulär aus aber ich hoffe dass sobald ja das grobe drauf ist und die grundierung abgeschlossen ist hoffe ich dass es einfach schick aussieht und ja ich würde sagen wir zeigen euch einfach jetzt mal eine nahe ansicht ja wie gesagt wir haben also diese szene die wir nachbauen wollen wir haben jetzt quasi diesen hinteren teil schon mit diesen gebäude elementen angefangen zu bauen das ist natürlich auch hier müssen wir wegen der größe natürlich die sind natürlich viel länger und wir gehen einfach mal davon aus dass die nach hinten noch aus laufen aber es ist wichtig wir brauchen nur diese teile das ist schon ganz gut das heißt auch hier müssen wir ein bisschen abkürzen hier haben wir diesen komplex das ist dieses stückchen hier es fehlen hier natürlich noch die ganzen dächer hier werden wir noch spitzen so kleine spitzdächer draufsetzen das wird aber ein element sein was wir dann zum schluss auf einmal so abheben können weil ja es wird natürlich innen drin bespielbar sein müssen das wird der innenhof und hier werden wir auch noch diese gebäude hier auch die müssen wir natürlich verkürzt auf die platte bringen aber das reicht uns für das test spiel oder die demo spiele das reicht uns völlig aus das heißt wir müssen hier weiter lang gehen und hier vorne da haben wir diesen riesen klopper an gebäude das wird quasi ja drei viertel des vorderen moduls auf jeden fall ausfüllen ja ich werde mir jetzt meine bastelutensilien zusammensuchen und dann bauen wir diesen riesen gebäude komplex ja wie beginnen wir nun mit diesem gebäude also ich habe mich dafür entschieden es nicht selbst zu prägen das wäre glaube ich bei dieser größe des gebäudes einfach das wäre einfach viel zu viel das würde sehr viel zeit kosten aber wir haben natürlich prägeplatten von gerath hier und ich habe mich für dieses kleine backsteinmuster entschieden das gibt in zwei verschiedenen größen die kleine variante ist glaube ich sehr sehr gut die ist zwar immer noch größer wie die mentik struktur aber ich glaube das macht in dem fall jetzt keinen unterschied das nimmt uns natürlich sehr sehr viel arbeit ab wir werden einen kleinen streifen benötigen für den vorbau und wir werden zwei streifen benötigen für das hauptgebäude das ist natürlich ein sehr sehr großes gebäude ich werde das jetzt noch um fünf zentimeter ein kürzen weil es ein bisschen zu groß ist dann haben wir noch weitere strukturplatten in einem anderen format das ist genau das gleiche kopfsteinpflaster allerdings ist es im hochformat das werden wir dann an die seiten aufbringen und dadurch dass das extrem lang ist ja verliert es natürlich an stabilität das heißt wir müssen die wände auch noch verstärken das heißt wir nehmen uns ganz normales struktur ich werde hier depront nutzen und werde dann die mauern noch verstärken und das einzige was wir dann hier machen müssen ist dann fenster ausschneiden tore türen und es muss noch ein bisschen ja da sind noch ein paar zier sockel und leisten auch die werden wir dann separat basteln und dann aufkleben ja ich bin sehr gespannt wie das ganze funktioniert und wir beginnen jetzt erstmal mit den ganzen zuschnitten und dem verstärken der platten so ich habe mir jetzt meine gebäude elemente zurecht geschnitten das heißt ich habe jetzt um fünf zentimeter gekürzt das kleine vor gebäude dann haben wir das hauptgebäude und dort habe ich mir jetzt noch meine seiten elemente geschnitten das haben wir haben ein sehr großes gebäude also das ganze wird jetzt so miteinander verbunden werden auf der andere seite kommt natürlich noch die andere seite und bei dem kleinen vorbau haben wir nur ja eine seite oder ein teil das kommt dann hier mit dran und das ist dann dieser vorbau bzw das ist ja quasi hinten wir haben vorne noch einen kleinen weiteren vorbau den müssen wir dann nachträglich noch gestalten jetzt haben wir natürlich hier in diesem bild wie man das sehen kann sehr viele fenster und sehr große fenster ich werde das struktur gleich noch verstärken mit einer schicht d front aber werde hier vorher erstmal die fenster ausschnitte machen das heißt ich werde mir jetzt hier auf die rückseite meine ganzen fenster einzeichnen wir haben hier oben kleinere fenster und unten haben wir richtig große fenster und hier dann auch das eingangs portal das werde ich jetzt auf einer seite machen auf der anderen seite brauchen wir das nicht allerdings brauchen wir hier bei dem kleinen natürlich auch noch ein paar fenster ja das werde ich jetzt als erstes erstmal alles einzeichnen und ausschneiden dann wird das ganze verstärkt und dann schauen wir an wie das ganze dann schon mal aussieht gut ich Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich habe jetzt die ganzen Fensterausschnitte gemacht, habe die Mauern noch verstärkt. Also es sieht jetzt erstmal natürlich noch ein bisschen roh aus. Wir haben hier quasi die Struktur-Sterodur auf ein Blanko-Sterodur nochmal geklebt. Hier kommen aber sowieso jede Menge Rollläden später noch rein, das heißt, das ist komplett verdeckt. Hier haben wir natürlich im Innenbereich eine Blankowand. Damit müssen wir einfach leben. Wir könnten das jetzt auch nochmal alles ausschneiden und von innen auskleiden, aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Wichtig ist, dass es einfach so einen Gesamteindruck gibt. Das habe ich jetzt mit allen Seitenteilen auch gemacht, das heißt, es passt dann hier auch genau ran. Das werden wir jetzt gleich auf die Platte verkleben. Und wir haben natürlich den ersten Vorbau auch bereits fertig. Auch hier sind die Fensterausschnitte gemacht und das wird komplett mit solchen Rollläden zugemacht. Die Rollläden machen wir dann später aus Wellpappe. Und hier habe ich noch einen Türausschnitt gemacht, wo wir dann eine Resintür von Tomarillion verwenden. Die wird dann hiermit angepasst. Im Originalbild haben wir hier allerdings keine Tür. Beziehungsweise es könnte sein, dass hier noch ein Rolltor ist. Das kann man nicht so richtig gut erkennen. Aufgrund der Spielbarkeit müssen wir das dann einfach so lassen. Und ja, ich würde sagen, wir kleben jetzt das Ganze mal auf die Platte fest. Und dann schauen wir, wie stabil das Ganze ist. Und dann ziehen wir die ersten Seitenwände ran. Und ja, von außen kommen noch Verstrebungen. Und da müssen wir einfach mal gucken, wie stabil das Ganze ist. Ja, jetzt befestigen wir das Ganze auf der Platte. Ich habe hier ganz normalen, unverdünnten Weißleim. Wir fangen mit dem Seitenelement des Vorbaus an. Und hier streichen wir die Unterseite auf jeden Fall schön mit Leim ein. Und die Innenseite hoch. Auch nur die eine. Und hier machen wir die Außenseite. Also wir müssen dann auf jeden Fall dann zu einem späteren Zeitpunkt noch ein paar Sachen verdecken. So, und wir beginnen jetzt hier am Abschluss des Gebäudes der anderen Platte. Und setzen das genau auf die Kante. Dann nehmen wir uns das große Stück. Auch hier die komplette Unterseite. Und dann brauchen wir gleich ein paar Stecknadeln, um das Ganze ein bisschen zu fixieren. So, da haben wir es innen. Wir können hier auch gerne nochmal auch noch was drauf schmieren. Und jetzt müssen wir es genau auf Kante setzen. Und wir nehmen uns jetzt hier mal ein paar Stecknadeln. Und fixieren die beiden Platten auf jeden Fall schon mal miteinander. So, dass die nicht mehr verrutschen können. Dann machen wir auf der anderen Seite weiter. Auch hier wieder die Innenseite. Und hier die Außenkante. So, das ist echt ein riesiges Gebäude. Also es ist wirklich so eine riesige Halle. Das fixieren wir gleich noch mit Nadeln. Und jetzt kommen wir zu dem ersten richtig großen Teil. Ich habe mich jetzt für eine weiße Front entschieden, weil hier haben wir keinen Backstein mehr, sondern wir haben hier eine Betonoberfläche. Das heißt, wir nutzen auch die Struktur, die auf dem Depon drauf ist. Und ja, im Originalbild könnte das Metall sein, es könnte Beton sein. Das kann man jetzt hier nicht so direkt erahnen. Das kommt jetzt quasi so davor. Das heißt, ich werde jetzt sämtliche Teile erstmal noch auf die Platte leimen. Und ja, dann werden wir mal weiterschauen, wie wir weiter vorgehen. Ja, was für ein Monster. Es ist echt ein riesen Gebäude. Ich habe jetzt alle Teile auf der Platte fixiert. Ich habe überall Stecknadeln reingesteckt, damit das auch nicht mehr sich jetzt verrutschen kann. Jetzt müssen wir warten, bis der Kleber trocken ist. Es ist natürlich noch sehr instabil, das Ganze. Dadurch, dass das aber eine große Lagerhalle ist, können wir hier auch gar nicht mehr mit so viel Zwischenräumen arbeiten. Das heißt, wir werden jetzt hier vielleicht noch eine Trennwand hier vielleicht noch reinsetzen, vielleicht noch eine. Hier in dem Bereich können wir auch noch mal auf jeden Fall zwei setzen. und machen dann noch ein paar Türausschnitte oder setzen Türen einfach vor. Diese Zwischenwände werden noch ein bisschen Stabilität einfach bringen. Ansonsten hoffe ich einfach, dass es den Transport auf jeden Fall nach Köln überlebt. Ja, was kommt als nächstes? Also, ich mache jetzt die Trennwände und wir brauchen diese, wir haben hier diese typischen, ja, das sind so Vorbauten. Die werden wir jetzt so Pfeiler, die werden wir jetzt hier noch, ja, die werde ich jetzt mal mit dem Styrocutter ausschneiden. Und dann werden wir die davor kleben und dann haben wir noch vor den Fenstern, ja, so Verzierung. Auch da werde ich jetzt Streifen mit dem Cutter schneiden und, ja, das werde ich jetzt erstmal machen und dann sehen wir uns gleich dann wieder, sobald wie ich die ganzen Sachen ausgeschnitten habe und dann können wir das alles ans Gebäude ran pappen. Und vielleicht haben wir bis dahin auch schon die Fensterrollläden fertig. So, inzwischen werden die Rollläden für die Fenster beschnippelt. Wir nutzen dazu einfach ganz normale Wellpappe, die kriegt ihr in jedem Bastelgeschäft, beziehungsweise Schreibwarenladen. In der Zwischenzeit habe ich die Eckpfeiler hier geschnitten und habe sie vorgeklebt und noch so kleine Zierleisten für die Fenster aus Styrodur geklebt. Jetzt als nächsten Schritt brauchen wir noch weitere Zierleisten für die großen Fenster. Ja, die werde ich jetzt ebenfalls aus, ja, das ist tatsächlich der Rest von dem Dämmmaterial vom Fußboden, weil die einfach schon recht dünn ist. Und in so kleinen Abschritten kann man die super gebrauchen, weil sie dann auch einfach nicht bricht. Ja, als nächstes kommen jetzt also noch die Zierleisten für die großen Fenster dran und dann kümmern wir uns um die Zwischenwände, beziehungsweise Trennwände. Wir sind ein ganzes Stück weiter. Inzwischen haben wir hier die ersten Rouleden drin. Wir haben hier noch so Stützpfeiler, um halt diese eine Naht zu kaschieren. Hier fehlen jetzt noch Rouleden, genauso auch wie hier vorne. Wir haben ja das erste Dach geschnitten. Die Dächer, ja, schenken wir nicht so die Beachtung, weil hier werde ich einfach noch eine Strukturpaste drauf schmieren oder vielleicht mit Schmirgelpapier bekleben, sodass wir so ein Bitumen-Dach erzeugen. Aber das Problem ist, dass wir ja dieses Dach eigentlich zum Spielen gar nicht brauchen. Das heißt, wir werden dieses Dach einmal sehen und dann werden wir es abnehmen zum Spielen. Hier haben wir jetzt noch eine Trennwand mit eingefügt, genauso auch wie hier in die große Halle. Hier sind noch Türausschnitte und wir haben hier noch Türen. Und wir werden jetzt noch einige Türen abgießen, um halt hier noch überall Türen vorzukleben, weil wir benötigen schon noch ein paar. Hier haben wir noch ein großes Gittertor reingeklebt, auch mit einer Trennwand, dass man hier so quasi so einen kleinen Lagerbereich hat. Hier ist ja das große Rolltor. Ja, hier haben wir noch einen kleinen Scheinwerfer montiert und wir werden jetzt noch die Rouleden für die letzten sechs Fenster machen. Und wir werden noch das große Dach schneiden. Und dann sollte es das erstmal sein, dann lassen wir das Ganze einmal komplett durchtrocknen und dann werden wir uns an die Detailarbeiten machen. Das war es jetzt auch schon zum ersten Teil unseres, ja, wir bauen Terminus für die RPC. Das war jetzt nicht so spektakulär. Wir haben ein bisschen Styrodur bearbeitet, wir haben ein bisschen Styrodur geschnitten, wir haben verschiedene Formen gemacht. Und ja, also der Rohbau steht. Und wir haben jetzt quasi die Außenfassade, sind soweit fertig. Und jetzt müssen wir mal gucken, okay, was können wir jetzt noch an Details ranbringen? Natürlich können wir den kompletten Innenraum komplett ausstatten. Wir können noch Rohrleitungen verlegen und irgendwelche Maschinen einbringen. Natürlich ganz viele Güter und Waren. Aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal den aktuellen Stand an. Wir haben jetzt natürlich einen wilden Materialmix. Das sieht bei solchen Rohbauten natürlich immer fatal aus. Stellt euch das Ganze mal jetzt schwarz grundiert vor, dann würde das schon anders aussehen. Hier fehlen uns natürlich noch komplett die ganzen Dächer. Aber wir haben jetzt hier das große Hauptgebäude von Terminus. Das ist natürlich ein ganz schöner Klopper. Und ja, jetzt heißt es demnächst dann weitermachen mit den ganzen Details. Und ja, ich hoffe, das wird eine schöne Platte. Also ich kann es mir schon vorstellen. Aber dieser Materialmix ist natürlich jetzt fies. Verschiedene Farbe, Gistro-Dur. Wir haben hier Plastikteile, Grau und Braun. Und das sieht natürlich sehr, sehr wild aus. Und das sind natürlich die Anfänge. Aber vielleicht ist es auch mal ganz gut, das zu sehen, wie es am Anfang aussieht und wie es dann zum Abschluss aussieht. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das Endergebnis dann entsprechend aussieht. Das war dann quasi der Auftakt zu unserem Wir-Bauen-Terminus. Und ich denke mal, wir werden da noch bestimmt zwei, drei Teile drüber drehen. Und interessant wird es dann natürlich, wenn wir jetzt nochmal an die Details gehen. Und ich denke mal, das werden wir mit einer Folge machen, dass wir komplett sämtliche Detailarbeiten euch zeigen. Und die dritte Folge handelt sich dann um die Bemalung. Und ich glaube, das ist nochmal ein sehr, sehr interessanter Schritt. Wie grundiere ich solche Gebäude und wie gehe ich mit der Bemalung vor? Und dann müssen wir natürlich noch entsprechende Effekte setzen, weil dieses ganze Fabrikgelände ist natürlich extrem verwittert. Das heißt, da müssen wir richtig Rost und Schmutz und Dreck aufbringen. Und da freue ich mich natürlich am meisten drauf. Ich mag es extrem dreckig. Und ja, das war es zum Auftakt Wir-Bauen-Terminus. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Oder wenn ihr vielleicht noch Ideen habt, was hier noch mit draufgebracht werden kann, schreibt es uns. Und wir sehen uns dann zum zweiten Teil in den kommenden Tagen. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.